Es ist Zeit. Let's fucking go. Let's der Charakter für diesen Finest Pass. Wer ist es? Alter, Animation. Nein. Nein. Als ob es wieder ein Fire Emblem-Kartner wird. Oder wollen wir uns in zwei Buse? Digga, bitte nicht. Ich meine, im Prinzip habe ich nichts gegen Free Houses, aber wir haben schon so viele Fire Emblem-Kartner. Lass da irgendwie Sora auftauchen oder irgendwas anderes. Ich habe eigentlich echt nicht so Lust, dass der in Smash kommt. Das wäre ja nicht so hype. Ich meine, nach wie vor, solange er Bock macht, ist es okay, aber wir haben schon so viel. In der Zeit, unsere Hörer und Minds werden cease zu sein. Sind Sie bereit, zu sterben? Ich dachte so viel. Ich wünsche auch nicht, dass ich sterbe. Bro, what the fuck? Das ist aber richtig gut gemacht, eigentlich. Es gibt keine andere Wahl. Du musst in Smash-Sammach sein. Bro. Bro! Nein! In Smash-Brother schon! Was in der Welt erwartet ihr? Ich meine, ja. Kann cool werden. Aber noch ein Fire Emblem-Kartner. Noch einer. warte der bussen der bussen warte die haben einfach die smash-cob gekolletet von ihnen zu viele swordfighter das ist besser dass das kann ich akzeptieren ja so ist das einer oh mein sie hat mehrere waffen ja mal da weißt du bist ja dafür dafür bin ich offen weil ich will nicht noch mal so eine fair sehen die so macht und der nutzer die so macht also die hat einfach alle möglichen waffen dass das ist schon mal besser das sehe ich das sehe ich ein ja vor allem auch cute anime girl jungen let's go let's fucking go okay nichtsdestotrotz noch ein feier im charakter aber das muss er zieht jetzt schon mal viel clean aus und sie haben einfach die späsch kommen gekonnt ich kann auch nicht klar ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin zu wenig soll feierter und dann war das junge alter ort junge ich habe es nicht alle und jetzt kriegen auch noch richtig viele details dazu let's go oh mein gott aller was ich kann auch nicht klar